Ähm, pfff, warum auch immer, aber die Aufnahme wurde schon wieder unterbrochen. Ähm, ja gut, verpasst haben wir jetzt gerade, glaube ich, nix. Ähm, hier ist eine Tür, die ist zu. Ähm, also ihr habt nichts verpasst. Ich denke, ich werde das dann einfach irgendwie zusammenschmeißen, das Video, weil ich habe keinen Bock, jedes Mal die Parts zu trennen. Ähm, ja, also, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wir spielen als Mona, oder falls das irgendwie... Och, ne. Bitte kein Corona. Das verkrafte ich nicht. Ich bin doch ne Grund... Au! Ich bin doch ne grundanständige Mensch. Was hast du dann schon wieder hier in mich? Was hast du dann schon wieder hier in mich? Mann, Wolfgang, ich hab dir doch gesagt, du sollst de Rumballerei sein lassen. Guck, wohin die Stadt gebracht hat. In das Grab. Oh, da kotzt sich noch jemand die Seele aus dem Leib. Hervorragend. Von wo denn? Ich seh ihn nicht. Also, ich sah, woher der Schuss kam, aber ich seh ihn den Typen nicht. Ja, hier bin ich. Hallo. Ich bin Mona. Und wenn ich Sprengstoff hätte, wäre ich eine Sexbox. Ja, und du bist der Schwerkraft zum Opfer gefallen. Wundervoll. Au, 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 au. Ja, ja, gut. Hab ich nichts? Irgendwie doch, ich hab die Pump-Action-Shotgun. Gut. Die dürfte mein Leben zumindest ein wenig erleichtern. Also, ich weiß nicht, warum... Das ist ja nicht Shadowplay, ne? Aber ich weiß nicht, warum das NVIDIA-Zug hier manchmal abkackt. Ich weiß auch nicht, warum... Ach, nein. Ich weiß auch nicht, warum ich hier manchmal abkacke. Ähm... Habe ich vielleicht mit der Sniper eine bessere Chance, die irgendwie zu sehen oder irgendwie zu erwischen? Weil ich hab nämlich auch keine Granaten. Ja, gut. Ähm... Vielleicht doch nochmal einen Strategie-Wechsel. Ähm... Doppelte 9mm-Pistolen. Einmal speichern. Mal sehen, ob uns das weiterbringt. Nein! Ach, Mann, oh! Okay, einer lebt noch. So, jetzt lebt definitiv keiner mehr. So, ein Monarchen. Du kriegst mal ein paar Pain-Killer. Ach, sie heilt sogar auch mehr mit den Pain-Killern. Ey, wisst ihr, was geil wäre? Wenn Max Payne die Remakes eine Erklärung dafür finden würden, warum die Pain... Also, ich meine, die Erklärung ist eigentlich relativ logisch, ne? Weil Max da bereits schmerzmittelabhängig ist und sie auf ihn einfach einen Gewöhnungseffekt haben. Er steht da hinten. Und wir haben das hier. Ja, Freund. Freundchen Adebar. Aber du gibst ja noch nicht mal Munition. Das ist sehr unhöflich von dir. Das gehört sich nicht. Ja, hier kam er ja her. Ja, offensichtlich pinkelt da auch jemand ziemlich munter. Da möchte ich lieber nicht runter. Ach, guck mal. Ich glaube, da könnte es weitergehen. Oder hier. Na, da nicht. Okay. Das heißt, wir speichern hier einmal. Und treten den Weg nach unten an. So. Du hast dich auch für eine Mimik aus Dark Souls gehalten, ne? Hältst mich für blöde. Ja. Ach, du Scheiße. Ja, 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 ja. Ganz blöde Idee. War das. Gott sei Dank scheinen diese grünen Kisten nur zu blitzen. Und nicht ernsthaften Explosionsschaden zu verursachen. Sonst wäre ich jetzt... Wen nennst du hier Feigling, ha? Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Wen nennst du hier Feigling? Sagt der Typ, der gerade wegrennt, ne? So. Mein Freund. Jetzt hat es sich ausge... cowardet. Ja, davon träumst du wohl. Ich hab immer noch keine... Aber dafür hab ich die hier... Ach, du Kacke! Wieso kommst du jetzt um die Ecke gewatschelt, du Pimmelberger? Zwei sogar von eurer Sorte. Ja, das kann ich ja besonders gut leiden. Zeigloch! Hehehe. So. Sonst noch jemand Maul jucken? Hm? Ach, schön. Siniastisch ins Ziel geflogen. Hör, beinahe noch die... Wieso warst du denn vorher nicht da? Du Zuchthauswärter. Oh, wir haben statisches Rauschen. Könnte das eine Nachricht von Max sein? Weiß es nicht. Achso, hatten wir gerade. Schön, wie früh du reagierst. Freust dich auch, mich zu sehen, ne? Ich möchte ihn so lange schlagen, bis er völlig blutleer ist. Das macht mehr Spaß, als es sollte. Ähm. Nu. Nu. Genau mein Humor. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Oh fuck, fast tot. Aber auch nur fast. Wir kommen nochmal mit dem... Kommen nochmal mit dem Leben davon. Oder auch nicht! Fucking hell. Gut, die ganze Sequenz nochmal. Schön. Ja, wieder schön, wenn man Erfolgserlebnisse zu verbieten hat. Da ist zu. Die kamen eben von da, ne? Okay, wir haben... Ach du, da sind sie wieder. So. Wir sind hier durch. Ich wollte gerade hier unbeschaden durchlaufen. Und da kommst du blödes Arschloch an. Machst du mir hier wieder alles kaputt? Menschenskinder. Ich brauche hier immer ein bisschen Ruhe im Puff. Du, 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 du. Hallo, hallo, hallo. Bist du jetzt endlich fertig mit Pinkeln? Ah, hier geht's weiter. Okay. Ähm, das Spiel hat gespeichert. Das ist ganz wundervoll. Äh, ich dachte gerade, da kommt jetzt eine Granate angeflogen. Ist das ein brennbares Fass? Wenn ja, wem gehört's? Es geht zuerst. Hä soll dessas? Ich weiß nicht, was ich habe. So. Unser kleiner Feigling versteckt sich also da hinten. Und wir haben keine... ...keine Granaten oder ähnliches. So. Aber das machen wir nochmal. Ey, also... Das lasse ich nicht auf mir sitzen jetzt. So. Early one morning just as the sun was rising. I heard a young maid singing down the valley below. Warum gerade dieses Lied? Ich kann es nur immer wieder sagen. Guckt euch Buffy an. Die Serie ist absolut großartig. Und daher kommt ja auch mein Name. Mein Spitz. Ähm. Mona, ich weiß, das klingt verrückt. Aber ich brauche dich, um die Töpfen zu holen. Ich brauche sie hier. Du bist richtig. Du bist verrückt. Ich bin ein Fugitier, Max. Ich habe nur aus der Kustadt. Ich würde mich nicht fragen, ob es nicht so war. Geh zur Hölle, Max. Geh doch sel... Fahr doch selber zur Hölle. Was soll denn das? So, nee, Moment. Also, das... Mona, I know this sounds crazy, but I need you. Sie hat tatsächlich Schaden... Wo, 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 wo? 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 Das habe ich verstanden. Ja, dann flicken wir. Mona, mach mal weiter Flickflacks. Ja, du aber auch nicht, mein Freund. So. Will sich sonst noch jemand mit mir anlegen? Hat sonst noch wer Redebedarf? Ich denke nicht. Okay. Pain-Killer. Okay. Ähm. So. Ähm, ich würde auch gerne shooten zu killen, aber ich weiß gerade nicht, wo du bist. Na, wo bist du denn? Danke. Danke, das... Komm mal! Jetzt reicht's. Cover me! Shoot! 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 Stop it! Wie kannst du eigentlich noch leben? Sagst du mir? Wie viel halten die denn aus? Das ist ja unfassbar. Junge macht es sauer. Allein, dass wir eben Lebensenergie verloren haben, als wir da runtergesprungen sind. Das hat mich schon sauer gemacht. Jetzt macht es mich dreimal sauer. Ich könnte vor Wut kochen. Ähm. Gehen wir mal lieber zwei Schritte zurück. Oder auch drei. Fünf Schritte zurück wären auch eine gute Option. Ach, der arme Max. Maxchen. Das ist etwas belastend. Die sind zu dritt. Du musst sie rausnehmen. Bist du mir Zeit. Ich konnte nicht ohne sie leben. Äh. Ich hatte doch gerade das scharfe... Was soll denn das? Ich komme hier nicht mehr raus. Ähm. Gut. Wurde auch nicht gut. Wartet mal. Nein. Okay. Oh, wir haben hier ganz viel Ammo übersehen eben. Ich würde gerne mal kurz die Waffe wechseln. Und dann würde ich gerne in den Zeitzeugen-Modus schalten. Den erledigen. Den erledigen. So. Beine weggeschossen. Kollege Schnürschuh. Okay. Back in business. Any ideas? Try to get inside. Head my way. Ich erledige die und du erledigst Maxchen von... Wir sollten uns mal absprechen. Ich versuch's doch. Mensch. Mama. Jetzt aber. Ja, Maxchen. Muss ich mal ein bisschen mehr anstrengen. Es ist kein Wunder. So wird das nix. So wird das nix. Wir können jetzt mal mit der... Ja, wisst ihr was? So könnte das... Von größerem Erfolg gekrönt sein. Der ist ein bisschen schwierig zu treffen. Okay, back in business. Any ideas? Try to get inside. Head my way. I did it my way. Wo sind sie denn? Okay, Maxchen. Deine Lebensenergie sieht ja gar nicht mehr so grob aus. Hä? Sag dir ja. Okay, wo bist du denn grad... Wo, 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 wo bist du gerade, Max? Ach, die kommen jetzt hier hoch. Hör doch auf. So. Mit der Kletterei. Siehst du, was du davon hast? Wo sind die denn? Ich seh sie ja nicht. Max, can't get a good shot from here. I'll have to backtrack through the building to get a better view. It's not like I'm in a hurry. Do you want us to crack jokes about it? Or do you want me to go? Go. Thought so. Ich weiß jetzt zwar immer noch nicht, wo sie ist, aber... Ich war in Trouble. Ich konnte nur hoffen, dass Mona eine Öffnung mit einer Blick auf die Garten finden würde, um die Kommandos raus in Zeit zu nehmen. Ich kann nicht unter Zeitdruck arbeiten, ne? Du wirst, ich bin schlecht und sowas. Ja, Max, ist ja gut. Ja, ich wünsche mir das tatsächlich auch nicht, aber... Mona, ich meine nicht, dass du dich rutschst. Ich schaue für ein Fenster mit einer Blick. Ein Fenster mit einer Blick. Mona, ich bin hier aus der Zeit und sie sind nicht aus der Hand. Vielleicht hier oben. Ja gut, Max hat jetzt nicht so unbedingt die große Auswahlmöglichkeit, ne? Aber... Wie soll man denn... Ich... Ich wüsste jetzt auch sonst nichts, wie man da irgendwie... Hilfe! Also wir können ihn von keiner Position von hier aus treffen. So viel steht schon mal fest. Hier ist zu. Hier, dieser Balken ist völlig nutzlos. Dieser Balken ist nutzlos. Sie hat gesagt, es muss ein Fenster sein. Das nächstgelegene Fenster wäre vielleicht das da. Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Ähm... Ja, gut. Nein, warum denn? Ich dachte... Oh, come on, ey. Das ist doch nicht wahr. So... Stylisch. Aber nicht nützlich. Dann mal los. Ich dachte eben, wir hätten an der Stelle gespeichert. Ich war der felsenfesten Überzeuger. Wir hätten da nochmal gespeichert. Aber gut, okay. Junge, hier geht's ja zu wie im Irrenhaus. Wir brauchen uns gar nicht so zu übertreiben, wenn wir kugeln. Spiegel gespeichert. Spiegel gespeichert. Spiegel gespeichert. Da kommen sie wieder aus ihren Löchern. So. Ich brauche, dass ich mich übertreiben muss. Ich brauche, dass ich mich übertreiben muss. Oh. Ähm... Ja. So. Das hatten wir ja beim letzten Mal. Und, ähm... Da haben wir ja ein sehr unrühmliches Ende gefunden. Ich war in Trouble. Ich konnte nur hope, dass Mona eine Öffnung mit einem Blick auf den Yard finden würde. Und, um die Kommandos in Zeit zu holen. Ja. Sind da noch mehr? Ich weiß nicht, wo sie sind. Ja, okay, Max. Ich glaube, das haben wir mittlerweile alle kapiert, dass du nicht gerne tot bist. So. Ja, gut. Speichern. Painkiller, jawoll. Ähm. Ähm. Hier gibt's kein Fenster. Was soll denn das? Nein! Och, ey, come on. Ich hab mich jetzt aber nicht hier in irgendeine Lage gebracht, dass ich... Ja, ist ja gut, Max. So. Ist ja gut, Max. Reg dich ab, du hast schon schlimmere Situationen überstanden. Auch wenn mir gerade keine einfällt. Ähm. Maybe we should lower our expectations on this sweetheart. It's gotta be a window. Never settle for second best, Max. Ähm. Aber hier sind keine Fenster. Ah, okay. Ja. 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 Okay. Da hinten ist doch wer, oder? Ich bin gerade etwas beschäftigt, Max. Du sicherlich auch. Mona, es ist nicht ich, aber die Leute sind sehr nervös. Sie sind wirklich glücklich, dich zu sehen. Ich bin wertvoll. Ich bin in einem Moment auf der Schraube. Man könnte ihm ja vielleicht mal irgendwie ein paar Painkiller runterschmeißen, oder? Das wäre doch nett von uns. Aber... So... Auf den Trick fall ich nicht rein. Auf den Trick fall ich nicht rein. Max, ich bin hier. Wo sind sie denn? Wo, 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 wo? Ich sehe sie nicht. Was? Da oben. Ja, da kannst du ja lange suchen. Wo? Ich seh' sie nicht. Ich seh' sie nicht. Ich seh' sie nicht. Na wundervoll, er hat Painkiller gefunden. Der gute alte, schmerzmittelabhängige Max. Ähm... Natürlich bin ich nicht... Achso, wir haben gar nicht die richtige Waffe ausgehört. So, jetzt aber... Ja, was guckst du da so rum? Ah, yippie! Die Rackdoll-Physik ist auch toll. So. Meine Painkiller sind full, das ist schön. Das kommt dir selten genug vor. Ich würde gerne... Habe ich was getroffen? Ja, aber nicht das... Nicht das, was ich treffen wollte. Also, nochmal. Ja, gut. Ähm... Scheiße. Mann, ich treff die aber auch irgendwie. Wollt doch gar... Wollt doch gar nicht. Wo ich seh... Ich... Ey, sag mal. Wo ist denn Max? Ich seh ihn nicht. Ich bin blind. Ach, da ist er. Ja, gut. Gut, wir speichern nochmal. Ein bisschen Schwund ist ja immer bei den Painkillern. Ähm... Ey, wirst hier aber auch mit... So hat... Unfassbar. Unfassbare Vorgänge. Ähm... Achso. Einmal speichern. Okay, action. Okay, action. Aber ich seh nicht, wo Max ist. Aber ich seh nicht, wo Max ist. So. Gutes Teamwork. Gutes Teamwork. Maxchen. Sag mal... Ach, come on. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich hab mir das gemerkt. Ist okay. Mein Freund. Da kriegst du die Quittung das nächste Mal für. Ich glaube, hier sind wir richtig. Aber sicher bin ich mir nicht. Naja, auf jeden Fall wird hier geballert. Puh. Auf jeden Fall wird hier geballert. Wie viel Zeit haben wir denn auf der Uhr? Oh, sind schon bei fast einer Stunde. Es wird gern hier weg, danke. Also mal, von wo aus schießt er? Das heißt doch, der andere muss da drüben sein, oder? Ich weiß, ich sitze manchmal ein bisschen weit weg vom Mikrofon, aber... So ein bisschen die Macht der Gewohnheit. Von wo denn? Von wo denn? Gott! So nicht. So nicht, mein Freund. Okay, also der eine ist da. Sind beide da. Speich. Nun, Maxchen, du kannst rauskommen. Ähm... Muss hier irgendwas getriggert werden, oder so? Ja, ähm... Max? Hallo? Max? Ähm... Du kannst rauskommen. Gut. Ich bin ein wenig... Ich dachte, da kommt jetzt vielleicht nochmal so eine Sequenz, wo er dann sagt... Ja, ich komm nicht durch die Tür, Mona, bitte hilf mir, was soll ich machen? Du bist meine einzige Hilfe, du bist meine einzige Hoffnung. Und, äh... Stattdessen kommt einfach gar nichts. Lassen gerade mal erst mal den Schmerz in den Füßen abklingen. Und, äh... Ich speichere nochmal. Ich bin sicher. Äh... Sollte die nicht längst mal anfangen zu ballern? Hallo? Was ist denn hier jetzt wieder kaputt? Also wirklich. Jetzt kannst du doch keinem... Das kannst du doch wirklich keinem erzählen. So, es ist... Kein Weg raus. Ach, Leute. Geht's hier nochmal weiter, oder was? Ich... Ja, wo sitzt du denn, Max? Ich krieg grad auch maximale Schmerzen beim Spielen. Okay, ich glaube... Wir haben den Kasus-Knaxus gefunden. Aber ich weiß nicht, wo sie sind. Mal wieder nicht. Das hört sich viel zu nah an. Ich seh sie nicht. Ich... Also... Ich... Bin gerade... Ein... Entweder bin ich... Näh. So, ein bisschen Betriebsblindheit schadet ja bekanntermaßen nie. Ne? Was denn? Was denn? Was denn? Trau dich, Junge. Trau dich. Ich will jetzt nicht zu... Du... Ja, Max. Ähm... Du darfst dich gerne bewegen. Guck mal. Ich hab Besuch mitgebracht. Mich selbst. Ähm... Müssen jetzt aber nicht mit angucken, wie da runterfällt, oder? Ja. Gut. Ähm... Ich bin zwar... Eigentlich gerade... Ein bisschen... Nicht so angetan von der Painkiller-Situation, aber... Trotzdem. Ähm... Auch nicht davon angetan, wie es da unten aussieht. Jetzt können wir wahrscheinlich mal wechseln. Erfindung. Und wir haben sogar Granaten. Gut. Ähm... Jawoll. So, du. Hat sich ausgebaldovert hier. Ich wollte eigentlich eben mal... Na, da hab ich ein bisschen daneben geschossen. Pass auf, irgendwann fangen sie mich noch an, Hexe zu nennen oder so. Witch, witch, witch. Hexe. Nee, das machen wir noch mal. Ja, gut. The sirens have faded away. They must have been relieved. Some other emergency, some place helps. Place helps. So. So. Ich bin in einer bedingt nicht unbedingt besseren Position als vorher, aber naja. Stirb, Hexe. Kapuf hat's gemacht. Ich wollte die Folge eigentlich irgendwann auch nochmal beenden, aber das geht so schlecht, wenn hier die ganze Zeit Action ist. Speichern. Ich erinnere daran, dass wir Granaten haben. Das scheint nicht die richtige Taktik zu sein. Oh, ist das Munition? Ja, das ist sogar sehr viel Munition. Na hallo! Das ist ja schön für dich, Max, aber jetzt bin ich etwas beschäftigt. Ich bin nämlich die Ein-Mann-Armee-Mona. Ich bin die Ein-Mann-Armee. Ich bin die Ein-Mann-Armee. Ich bin die Ein-Mann-Armee. Das ist eine ganz schön lange Folge, Fräulein. Was soll ich sagen? Wenn sie resists, sie get's shot. As surely as the bullet rips through the victim's flesh, organ and bone, it shatters the image of the man who presses the trigger. Easy. Back off, Pain. This is what I see when I look back. These moments, blinding as snow. They kill you, change you. You die and live again. Remade. No, Mona. Winters. Oh. Aber das sieht wirklich danach aus, als ob... Oh, doch? Shit. Gunfire! This way, fast! Go! Go! Run! Mona! Over here! Hold it! Uh... Detektive Winison! Officer Down! He went over the edge! The genius of the hole. No matter how long you spend climbing out, you can still fall back down in an instant. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Jetzt wissen wir, wie wir an den Anfang gekommen sind. He's dead! He's not responding! This guy is a train wreck! We're losing her! I had chosen Mona. It felt like I had lost her. You're a real angel, Max. Max. Ähm. Hey, hör auf mit dem Gestöne. Das ist unanständig. Jetzt machen wir die Folge aber gleich zu Ende. Also... Ich will das jetzt auch nicht irgendwie so auf anderthalb Stunden Folgen hinauslaufen lassen. So. Ähm. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. In dieser Albtraumsequenz. Oder was auch immer das hier ist. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss!